Ja, hallo Leute und willkommen zurück. Ja, wie versprochen, habe ich einen weiteren Spiegelgast eingeladen, nämlich Mario. Ja, hallo Leute, it's a me, Mario, alles klar bei euch? Ja, schön, dass du kommen konntest. Ja, du weißt, ne, bei uns in Mushroom Kingdom, da ist ja ein 30-jähriges Jubiläum und Piech hat ja Torte für uns gebacken und so. Wow, wir waren so alles eingeladen. Ja, also halt, ich natürlich, ne. Ja, dann Piech, die wagt ja nämlich den Kuchen. Ja, dann Daisy, Wario, Waluigi, Mabro, Luigi, of course. Ja, wer noch? Ah ja, Rosalina sogar und der Torte Toad, aber meinetwegen. Ja, ja, schön. So, warte mal, ähm, es gibt in dieser Welt, gibt es so ein Spiel, äh, für dein 30-jähriges Jubiläum. Super Mario Galaxy 3? Ne, ähm, es ist, boah, Alter, wo ist es da? Ähm, es ist, boah, Super Mario Maker, so, ne? Ja, hier, da. Oh, nice, cool. Ja, okay, ähm, ich muss dann wieder los, ne? Ähm, hat Spaß gemacht, mit dir, äh, zu plaudern. Und ja, wenn du mich wieder brauchst, ne, ähm, kannst mich ja jederzeit rufen, ne? Dann hau rein in den nächsten Teil. Okay, dann tschau, Leute, bis zum nächsten Video.